Wir liegen zwischen einem Hochdruckgebiet über Skandinavien und einem Tief im Mittelmeerraum. Da ist doch einiges los, je nach Region. Teilweise gibt es Morgenfrost, dann auch zum Teil kräftige Schneefälle und nicht zu vergessen in tieferen Lagen teils kräftige Regenfälle. Das Ganze konzentriert sich um dieses Tief über Korsika und dieses schiebt dann diese feuchte Luft über die Alpen nach Süddeutschland. Das Hoch über Skandinavien wirkt dagegen verbreitet in der Mitte und im Norden unseres Landes. Und hier sehen wir das in Anführungszeichen Unheil hier in Teilen von Bayern und Baden-Württemberg. Und das schiebt auch immer wieder gegen die Alpen und direkt an den Alpen. Da wird es eine ordentliche Menge Niederschlag geben. Regen und Schnee, ansonsten wo es nicht regnet und schneit, da lockert es auch mal stärker auf. Allerdings geht es dann hier teilweise mit dichtem Nebel in den Tag, vor allen Dingen Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg. Ansonsten den Nebel hauptsächlich haben wir dann im Bergland. Und Frost ist ein weiteres Thema mit lokaler Glättegefahr überall in diesen rot markierten Flächen. Jetzt kommt unser eigentliches Thema, dieses Regen- und Schneefallgebiet. Ja, vor allen Dingen Württemberg, Oberbayern, Bayerisch-Schwaben davon betroffen. Vor allen Dingen im Oberallgäu schneit es am Vormittag schon ergiebig mit Glätte auf den Straßen. Im Nordosten ist es dann teilweise so sonnig außerhalb des Nebels. Im Laufe des Tages reist es immer häufiger in der Nordhälfte auf. Im Süden bleibt alles trüb. Und dieses Regen- und Schneefallgebiet schiebt sich noch ein bisschen weiter Richtung Pfalz hinein. Die Schneefallgrenze 700, 800 Meter, oberhalb davon Gefahr von Schneebruch sogar und auch verbreitet Glattenstraßen. Die Temperaturen sehen unterschiedlich. Im Schneefall kaum über 0 Grad, sonst sind es teilweise 10, 12 Grad.